Ach, nehmen wir mal das hübsche hier, oder das hier? Was gibt's denn eigentlich? Das ist auf jeden Fall ein Stoß. Was gibt's hier als nächstes? Nö, dann nehm ich doch lieber einen schönen Raketenwerfer. Obwohl, eigentlich wollte ich ja das nehmen. Eine Cyberwaffe. Ein Arbeitsmodell, der Dekka MP aus dem Dekka Ü sendet. Hm. Ne, ich wollte das verbessern. Und das mach ich jetzt auch. Super. Kann ich das nochmal verbessern? Ne, kann ich den nochmal verbessern? Ja, aber das müsste los. Dann verbessere ich doch lieber nochmal die Granaten. Wurft weiter. Ja, schaden. Alles klar, jetzt habe ich zwar nicht mehr genug Kohle für Munitione, aber egal. Das ist ja erstmal egal. Oh yeah, das Titellied. Ich liebe Piers. 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 You worked out a way to hurt Stag yet? Yeah, Viola's on a way to meet me now. Viola? We need our, uh, talents. What are you planning? What are you planning? What are you planning? Okay, Piers. What are you planning? Okay. Geht's mal weiter hier? We'll see. Yeah. We'll see. Voll geil, er sieht. Oh, Austin Powers. Genieß das einfach ein bisschen. Geht's mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020